14 einfache Wege, wie Sie Ihren Imagefilm erfolgreich bewerben Sie haben Ihren neuen Imagefilm endlich veröffentlicht und nun wollen Sie ihn möglichst großflächig unter die Leute bringen? Wir zeigen Ihnen 14 einfache und kreative Wege, Ihren Imagefilm erfolgreich zu vermarkten. Ein gutes Video zu produzieren, das bedarf Talent, Zeit und Ressourcen. Doch egal, ob Sie Ihren Imagefilm intern erstellen oder mit einer professionellen Agentur arbeiten, mit der passenden Strategie und den richtigen Leuten an der Hand lassen sich heute ausgezeichnete Ergebnisse erzielen. Jedoch fährt leider das tollste Video keine Erfolge ein, wenn es niemand sieht. Neben Strategie und Produktion steht Ihr Imagefilm noch auf einem dritten Pfeiler, die Promotion. Möglicherweise erzielen Sie gute Ergebnisse bei der Vermarktung Ihrer Blogartikel, aber Videos zu verbreiten bedarf einiger weiterer Strategien. Viele Unternehmen teilen ihre Videos routinemäßig auf ihrer Website und ihrem YouTube-Kanal. Und das ist auch ein guter und notwendiger erster Schritt. Jedoch reicht dies nicht aus, um für große Zuschauerzahlen zu sorgen. Aber wir wissen, dass sich der Aufwand lohnt. Durch die Einbindung eines Videos auf Ihrer Landingpage etwa steigt die Conversion-Rate um 80%. Und wenn es in den Bereich Social Media geht, generieren Videos 1200% mehr Shares als Texte und Bilder zusammen. Es gibt viele kreative Wege, wie Sie Ihren Imagefilm erfolgreich unter die Leute bringen. Im Folgenden stellen wir Ihnen 14 Möglichkeiten für die Vermarktung Ihres Videos vor. 1. Schalten Sie eine E-Mail-Marketing-Kampagne Videos und E-Mails zusammenzuführen. Das soll so sein. Mal abgesehen davon, dass E-Mail einen ROI von 41 Dollar hat, erhöht ein in die E-Mail eingebettetes Video die Click-Through-Rate um sagenhafte 96%. Es reicht bereits aus, das Wort Video in Ihrer Betreffzeile zu erwähnen, um die Öffnungsrate um 19% zu steigern. So stellt die Einbindung Ihres Imagefilms in Ihre üblichen Marketing-E-Mails einen effektiven und kostenfreien Weg dar, Ihr Video weiter zu verbreiten. Tipp! Durch Automatisierung können Sie diesen Prozess noch weiter verfeinern, wie etwa mithilfe eines Autoresponders, der nach einer festgelegten Anzahl von Tagen automatisch eine E-Mail versendet. 2. Optimieren Sie Ihre Video-SEO Ganz gleich, wo Sie Ihr Video veröffentlichen, Ihnen stehen eine Reihe von Möglichkeiten zur Verfügung, wie Sie es abgestimmt auf Einsatzort und Zielsetzung optimieren können. Folgende Schritte verbessern Ihre Video-SEO. Führen Sie eine Keyword-Analyse durch und binden Sie diese in den Titel und die Beschreibung Ihres Videos ein. Ihr Video sollte nicht nur Ihr Unternehmen präsentieren, sondern auch Mehrwert für Ihren Zuschauer bieten. So werden diese auch wahrscheinlicher geteilt. Fügen Sie interaktive Elemente und einen Call-to-Action zu Ihrem Video hinzu. Binden Sie ein Transkript Ihres Videos ein. So bekommen Suchmaschinen eine bessere Idee, worüber Ihr Video handelt und können es besser indexieren. 3. Spielen Sie Ihr Video auf einem Event Reden auf einer Branchenkonferenz oder ähnlichen Events müssen nicht langatmig und ermüdend sein. Bevor Ihre Zuhörer Ihre Aufmerksamkeit lieber Ihrem Smartphone schenken, binden Sie Ihren Imagefilm doch in Ihren Vortrag ein und lassen bewegte Bilder für sich sprechen. Die Zahlen sprechen für sich. Unser Gehirn verarbeitet visuelle Informationen 60.000 Mal schneller als wörtliche. Setzen Sie Videos als Storytelling-Mittel ein, um die Aufmerksamkeit Ihres Publikums zu halten. Und das Storytelling bringt noch weitere Vorteile mit sich. Wir erinnern uns 22 Mal besser an eine Information, wenn sie in eine Geschichte eingebettet wurde. Indem Wissen mit Emotionen verknüpft wird, werden weitere Teile unseres Gehirns aktiviert. So geben Sie sich selbst eine kurze Pause vom Präsentieren und Ihrem Publikum ein neues Medium, das Ihre Aufmerksamkeit anregt. 4. Netzwerken Sie auf Videoplattformen Wenn Sie sich Ihren YouTube- oder Vimeo-Kanal ansehen und Ihnen auffällt, dass Sie auf diesen Plattformen über keine Kontakte und Netzwerke verfügen, sollten Sie daran idealerweise etwas ändern. Einer der besten Orte, Ihren Film zu vermarkten, ist die jeweilige Videoplattform selbst, mithilfe von gleichgesinnten Videoerstellern. Der Aufbau eines solchen Netzwerkes ist zwar zeitspielig, lohnt sich aber auf die lange Sicht. Schauen Sie sich die Videos anderer Unternehmen in Ihrer Branche an, kommentieren und teilen sie und bauen langsam Kontakte auf. Sie werden schnell bemerken, dass sich diese Accounts nun Ihre Videos ansehen und kommentieren werden und schließlich mit Ihrem eigenen Netzwerk teilen. Auf diese Weise kurbeln Sie Ihre Klickzahlen an, werden Teil einer engagierten Online-Community und gewinnen gleichzeitig kreative Inspiration für Ihre nächsten Videoprojekte. 5. Platzieren Sie einen Link in Ihrer E-Mail-Signatur Wir alle senden und erhalten täglich Dutzende von E-Mails. Warum also nicht etwa Ihre E-Mail-Signatur nutzen und Ihr Video auf diese Weise passiv bewerben? Navigieren Sie einfach in die Einstellungen Ihres E-Mail-Programms und fügen Sie unter Ihren Kontaktinformationen einen Link hinzu, der Ihre Leser zum Klicken anregt. Tipp! Vor allem für Unternehmen mit vielen Angestellten lohnt sich diese Strategie. Wenn jeder Mitarbeitende Ihren Imagefilm in seiner oder Ihrer Signatur verlinkt, steigt die Effektivität dieser Methode exponentiell. 6. Finden Sie Partner, die Ihr Video ebenfalls teilen Die Macht der Masse. Ähnlich wie bei Ihren Mitarbeitenden und der E-Mail-Signatur können Sie weitere Personen ansprechen, Ihr Video zu teilen. Dabei ist jeder gemeint, der in einer freundschaftlichen und nicht wettbewerblichen Beziehung zu Ihrem Unternehmen steht. Sehr beliebt ist diese Methode zum Beispiel bei Podcast-Produzenten, welche sich bekannte Gäste in ihrer Show holen und so das Publikum beider Seiten vervielfachen. Aber auch sonstige relevante Kontakte, etwa Freunde oder Bekannte, können Ihnen bei der Verbreitung Ihres Videos helfen und sorgen dafür, dass es von einem noch breiteren Publikum angesehen wird. 7. Posten Sie Ihren Imagefilm direkt auf LinkedIn LinkedIn hat einen großen Sprung Richtung Video gemacht. Erst seit September 2017 haben alle LinkedIn-Accounts die Möglichkeit, Videos direkt, native, auf der Plattform zu posten. Das heißt, hier ist der Markt noch nicht gesättigt und Sie haben gute Chancen, dass Ihr Imagefilm angesehen wird. 8. Fragen Sie relevante Blogger, Ihr Video zu teilen Jede Industrie verfügt über Online-Publikationen und unabhängige Blogger, welche kreative Inhalte für die entsprechende Nische erstellen und teilen. Und Sie sind stets auf der Suche nach neuen Inhalten, insbesondere, wenn Sie diese nicht selbst erstellen müssen. Kontakt zu diesen bekannten Publikationen Ihrer Nische aufzunehmen und Sie zu fragen, ob Sie Ihr Video einbetten, stellt so eine großartige Möglichkeit dar, die Klickzahlen Ihres Videos zu vervielfachen und genau Ihr Publikum zu treffen. Falls Ihnen nicht viele solcher Publikationen bekannt sind, tippen Sie einfach Ihr Thema in die Suchmaschine und schauen Sie, welche Plattform bereits ähnliche Inhalte teilt. Daraufhin nehmen Sie Kontakt auf und unterbreiten Ihr Anliegen, dass Sie über einen ähnlichen Beitrag verfügen, der Ihrem Publikum gefallen könnte. Um Publikationen zu finden, die zu bestimmten Keywords passen, eignet sich insbesondere das Tool BAS Sumo. Nehmen wir einmal an, Sie vertreiben Küchenmaschinen und Zubehör. Haben Sie nun beispielsweise eine Reihe von Kochvideos erstellt, in denen Sie beliebte Rezepte mithilfe von Ihren Produkten zubereiten, können Sie mit Food-Bloggern Kontakt aufnehmen, die eine ähnliche Zielgruppe wie Sie besitzen. Erzählen Sie ihnen von Ihrem Projekt und warum Ihr Video Ihnen Mehrwert bieten könnte. Im schlimmsten Fall erhalten Sie keine Antwort, aber im besten werden Sie über sie schreiben und Ihr Video auf Ihrem Blog einbinden. Tipp Gerade wenn Sie Kontakt zu Bloggern aufnehmen, sollten Sie sich immer die Zeit nehmen, Ihre Nachricht so weit wie möglich zu personalisieren. Setzen Sie sich mit der Person auseinander und gehen Sie darauf ein, warum Sie gerade mit ihr zusammenarbeiten möchten. Dies erhöht die Chancen auf eine positive Antwort ungemein. Neuntens Nutzen Sie LinkedIn's Publishing-Plattform Vor allem im B2B-Bereich lohnt sich diese Option. LinkedIn macht es extrem einfach, blogartige Inhalte auf der Plattform zu veröffentlichen. Dies nennt sich LinkedIn Publishing. Sie können Überschriften erstellen, Text und Bilder einfügen und Videos einbetten. Wenn Ihr Inhalt besonders gut rankt, haben Sie hier sogar die Möglichkeit, gefeatured zu werden. Zehntens Fixieren Sie Ihr Video oben in Ihrem Twitter-Profil Ihr Video auf Twitter zu teilen, das lohnt sich. Im Vergleich zu jeder anderen digitalen Plattform werden Twitter-Videos am besten wiedererkannt und steigern die emotionale Verbundenheit zum Unternehmen am effektivsten. 11. Optimieren Sie Ihre Video-Thumbnail Ausreichend Zeit in die Erstellung eines optimierten Thumbnails zu investieren, lohnt sich. Häufig entscheidet bereits ein ansprechendes Vorschaubild über den Klick des Users. Sie agieren wie fesselnde Überschriften, die den Besucher dazu anregen, einen Artikel zu lesen. Und so haben 90% der erfolgreichsten YouTube-Videos ein individuelles Thumbnail, welches die Interaktionen der Zuschauer um bis zu 154% steigert. Zu einem perfekten Thumbnail gehören etwa folgende Punkte. Binden Sie aussagekräftige Textelemente ein, die nicht mehr als sechs Wörter umfassen. Nutzen Sie kontrastreiche Farben. Zeigen Sie freundliche oder ausdrucksstarke Gesichter, die gegebenenfalls Augenkontakt zum Zuschauer herstellen. Designen Sie Ihr Thumbnail für verschiedene Bildschirmgrößen. 12. Schalten Sie eine zielgerichtete Werbekampagne Falls sich Ihr Imagefilm an ein bestimmtes Publikum richtet, das bereits Kaufabsichten aufweist, können zielgerichtete Werbekampagnen Ihnen helfen, dieses effektiv zu erreichen. Dazu eignen sich vor allem AdWords und Facebook-Ads. Sowohl mit AdWords als auch mit Facebook-Ads haben Sie die Möglichkeit, Ihr Publikum ganz spezifisch einzugrenzen und können so sicherstellen, genau die Menschen zu erreichen, die Sie zu erreichen beabsichtigen. Ihre Ad verlinkt dann auf eine hierfür spezifisch angelegte Landingpage, die sich genau an Ihre Zielgruppe richtet. Auf diese Weise leiten Sie die User zielgerichtet durch Ihren Sales-Funnel. Auf der Landingpage betten Sie Ihr Video entweder mit Hilfe von YouTube oder Vimeo ein oder aber Sie nutzen eine Hosting-Provider wie Wistia. Ganz gleich, welchen Dienst Sie nutzen, machen Sie auf jeden Fall von der Möglichkeit Gebrauch, das Zuschauerverhalten zu analysieren und gegebenenfalls begründete Anpassungen vorzunehmen. 13. Erstellen Sie Ausschnitte für Social Media Nachdem Sie Ihren Imagefilm auf Ihren üblichen Kanälen veröffentlicht haben, können Sie Zitate und Bildausschnitte nutzen, um Aufmerksamkeit zu generieren und interessante Inhalte des Videos in Szene zu setzen. Tipp! Wenn Sie Ihren Ausschnitt mit einem Linkservice wie Bitly kombinieren, können Sie Ihre User direkt auf Ihre Website leiten, um dort das ganze Video zu sehen. Auf diese Weise können Sie außerdem das Klickverhalten Ihrer Besucher nachvollziehen und analysieren. 14. Betten Sie Ihr Video auf einer Frage-Antwort-Plattform ein Als belesene Online-Marketer wissen Sie, dass Sie vor allem mit dem Erstellen von informativen Inhalten punkten, die Ihrem Zuschauer einen Mehrwert bieten. Wenn Ihr Imagefilm Fragen beantwortet, die sich ein Kunde stellen könnte und ihm eine Lösung für sein Problem vorführt, ist Quora ein großartiger Ort zum Teilen Ihres Videos. Quora ist eine Frage-Suchmaschine, in der User Fragen stellen und Experten Antworten geben. Eine weitere bekannte Plattform im deutschsprachigen Raum ist gutefrage.net. Und so gehen Sie vor. Besuchen Sie die Plattform Ihrer Wahl und erstellen Sie einen Account. Navigieren Sie zur Suchleiste und geben Sie eine Frage ein, die Ihr Video beantwortet. Wenn Sie eine passende Frage finden, verfassen Sie eine informative Antwort und betten Sie dann Ihr Video ein. Das war's. Wenn Sie auf der Suche nach Anregungen für weitere Inhalte sind, können Sie die verwandte Fragen-Rubrik als Inspirationsquelle nutzen. Die erfolgreiche Vermarktung Ihres Imagefilms. Legen Sie los! Videos erobern das Internet und sollen schon bald die große Mehrheit des gesamten Online-Traffics ausmachen. So nimmt zwar die Anzahl konkurrierender Videos zu, jedoch stehen Ihnen auch immer mehr und ausgeklügelteren Möglichkeiten zur Verfügung, Ihren Imagefilm effektiv zu vermarkten. Ganz gleich, ob Sie vor allem Ihre Video-SEO optimieren oder sich auf eine bestimmte Plattform wie LinkedIn konzentrieren oder gleich mehrere der aufgeführten Wege ausprobieren, wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Promotion Ihres Imagefilms. . Untertitelung des ZDF, 2020